Moin, Marco Kassel, hoi! Das hier wollte ich euch ein bisschen erklären, was RE-MAX überhaupt ist. Ich weiß, dass RE-MAX heute zu Lütebüch neu ist. Dafür wollte ich euch kurz erklären, wo die hier kommen. Das ist am Anfang eine amerikanische Gesellschaft, die in Amerika angefangen hat. Die ist mittlerweile in ganz Nordamerika, aber auch bei allen Ländern in Europa. RE-MAX ist Nummer 1 auf der ganzen Welt. Sie verkaufen amerikanische Häuser und Appartementen auf der ganzen Welt. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Das ist der Grund, wie weit das RE-MAX nur eint, weil er das habsächlich weint ihrer Mark, weil Mark so verbreitet ist, also eine Mark, die Leute oft RE-MAX kennen, und sie wollen dann mit der Mark schaffen. Der zweite Punkt, wie weit das RE-MAX so gut funktioniert, ist der Marketingplan. Der Marketingplan sind alle guten Sachen, die wir machen, um ein Haus und ein Appartement zu verkaufen. Die wenden wir bei allen Hauses und bei allen Appartementen. Und dann der dritte Punkt, der wichtigste ist, und für was das RE-MAX so gut geht, ist das RE-MAX. Wir haben heute in Lützburg 144 Agenten für den Verkäufer hergestellt, wenn der ein Haus bei uns und vor Ort geht, dann ist nicht ein Agent, der das Haus verkauft, sondern direkt 144. Das heißt, 144 Agenten haben eine Lust mit Leuten, die sie besuchen, der das RE-MAX so vielmehr einfach ist, dass ein von unseren Argenten kann in den Ausstattung bringen. Voilà! Das sind eine große Zahl, was RE-MAX aus, auch für was RE-MAX so gut funktioniert. Bis dann!